Kuckuck, Jonas, Essen, komm! Ich komme! Was machst du denn da? Essen? Nein, auf gar keinen Fall. Also, wir werden nie mal ein Essen. Du kannst gerne in Jonas' Zimmer warten oder du gehst nach Hause und kommst irgendwann mal wieder. Ach so, alles gut. Ich dachte, ich kann mitessen. Nein, also, du denkst auf jeden Fall viel zu viel. Meint sie das ernst? Du darfst gerne mit uns essen, aber du musst dafür bezahlen. Also, anders geht's nicht. Boah, ist das unangenehm. Oder du gehst nach Hause und kommst irgendwann wieder. Denn wir wollen jetzt essen. Lass ihn einmal kostenlos mit essen. Ich glaube, ich spinne. Aber nur einmal. Feierabend! Habt ihr bei euch zu Hause kein Essen? Doch, unsere Kühlschrank ist voller Essen. Super, Problem gelöst. Dann kannst du nach Hause gehen. Aber ich wohne eine Stunde entfernt, deswegen... Das jetzt auch noch. Nee, das reicht mir. Weißt du was? P-P. Ähm, wie bitte? Persönliches Pech! Okay.